hallo und herzlich willkommen hier auf game contraste mein name ist gerrit und ja dies soll ein kurzes info video werden denn es ist nun endlich geschafft offensichtlich ihr seht es hier schon im hintergrund ich bin im neuen studio drin der umzug ist nun endlich vorbei so ein zwei kleine organisatorische dinge muss noch erledigt werden aber das ist jetzt alles nur noch egal denn ich bin endlich im studio und ich habe jetzt wieder mehr zeit und das bedeutet für euch wieder etwas mehr video content daher für euch jetzt auch schon mal einen kleinen ausblick auf das was euch hier in der zweiten jahreshälfte erwarten wird ja wir werden für euch wieder software testen wir werden für euch hardware testen speziell im bereich controller mäuse da ist dieses jahr noch einiges in der pipeline von diversen herstellern ich möchte nicht zu viel verraten allerdings vieles auf das ich mich persönlich sehr freue ihr seht sie auch schon im hintergrund der simulator ist aufgebaut und auch zu dem ein oder anderen lenkrad werde ich noch mal ein langzeit review veranstalten speziell das f1 e sport v2 habe ich jetzt öfters benutzt gerade in kombination mit f1 23 wenn ich dann mal im simulator saß das ist jetzt nach dem umzug auch nicht sehr häufig passiert allerdings habe ich das jetzt vermehrt benutzt und da dürft ihr im bereich sim racing auch zu dem ein oder anderen lenkrad ein langzeit review in den nächsten wochen und monaten erwarten also auch im thema sim racing wird es nicht ganz still hier auf diesem kanal keine sorge und als einer der ersten videos dürfte jetzt in den nächsten 48 stunden ein review zu einem monitor einem samsung 27 zoll curved monitor hochgeladen werden bin ich jetzt schon in dem finalen schnitt ja bin da schon sehr weit vorangeschritten dürfen bald fertig sein also von daher ungefähr ja ich denke man die nächsten zwei tagen dürfte das online kommen was für ein monitor das verrate ich an dieser stelle natürlich noch nicht da lasst euch mal überraschen ansonsten kann ich mich nur bei vielen bedanken die uns jetzt treu geblieben sind es waren jetzt ja doch ein paar tage länger fünf wochen war ich jetzt hier gut ruhig auf diesem kanal hoffe euch allen geht's gut und ihr freut euch genauso auf neuen content wie ich es tue und ja viel spaß haben für heute soll es das allerdings gewesen sein nur ein kurzes lebenszeichen von mir und ab jetzt könnt ihr wieder regelmäßig mit videos rechnen ich bin gerrit von gamekontrast.de ich verabschiede mich ich verabschiede mich von euch für heute zock noch fleißig und bis zum nächsten mal you Untertitelung des ZDF, 2020